Oh, ein Stück Wurst! Nehmen wir! Nom nom nom. Ich brauche da kein Brot zu. Ja, ich werde aber in nächster Zeit definitiv mal was essen müssen. Sacré bleu. Übrigens, der Schwertkampfstil ist ganz nice bei Jump Force. Oh, es gibt einen Schwertkampfstil? Ich habe doch vorhin gesagt, es gibt einen neuen Kampfstil. Ja, du hast nicht gesagt, was für einen. Ach so, ja, das ist quasi Schwertkampfstil. Allerdings kriegst du, wie bei jeden anderen Schwertfähigkeiten, auch nur so ein Spirit-Sport-Ding. Also, das ist cool, aber dadurch, dass du halt selber irgendwie kein Schwert hast, was du nutzen kannst, finde ich das schon wieder so ein bisschen meh. Die machen einen neuen Kampfstil und sind zu geizig, dir ein Schwert zu geben. Ja. Du machst das wie bei jeden anderen Fähigkeiten, wo du ein Schwert benutzt mit diesem komischen Energieschwert. Boah, ist das lächerlich. Und ich habe es durchgespielt, aber naja. Oh, jetzt hast du es endlich auch mal durch. Äh, der Endpost hat mich so ein bisschen abgefuckt, aber naja. Ich fand, der ging gut. Ich habe ja auch so ein bisschen so Easy-Win-Skillsets zusammengebastelt gehabt, aber... Ich habe nur so auf ihn drauf gehauen, das war... Bis ich beim... Das erste Mal habe ich verkackt, weil ich nicht wusste, dass deine Fähigkeiten irgendwie auf einmal weg sind. Hehehe, ja. Habe ich nicht so drauf geachtet, wollte eine Kombo machen, ich drücke, ich so, warum funktioniert das nicht? Bam, tot. Was the fuck? Ja, die Phase war ein bisschen nervig. Ich fand das sehr... Ich fand das eher schlimmer, wo ich das einmal in den Würfel reingelaufen bin. Hehehe, da bin ich zweimal reingelaufen. Gut, ich war auch erst Level 57. Oh, wir sind hier direkt nebeneinander. Ja, weil wir in der Gruppe sind. Nein! Ah, sag ich mal damit. Wen habe ich jetzt gekriegt? Twisted Fate, oh Gott. Ich habe... Ich fange mal mit Shen an. Vielleicht schon mal einen Ninja-Boost. Pirate Sorcerer. Na, Pirate kriegt mir... ...mehr Gold? Ah, naja... Es ist abhängig. Du konntest zwischen 0 und 4 Gold kriegen. Ja, ich weiß. So ein Shen zum Anfang ist auch nicht schlecht. Kann man was mit anfangen. Alter, irgendwie kriege ich heute auch nur meinen... Ist doch nicht wahr. Hm... Hmmm... So, drei Items würde ich feiern. Na, schon mal eins. Ich habe nur eine Münze gekriegt. Zwei Items. Ja, läuft bei dir. Alter, was ist denn das hier? Okay, zwei Münzen. Ah, super, nur zwei Münzen aus dem Netz. Okay, laufen wir jetzt mal damit. Oh, das war knapp. Natürlich in Stufe 2 Darius, ey, leck mich doch am Arsch, ey. Hat der schon einen Rageblade? Na sicher. Der fickt dich doch, Varus. Oh. Shen rettet mir das Leben. Mh. Du kennst das Gefühl, wenn du Sachen eigentlich überhaupt nicht bauen willst. Oh, Varus mit dem Rageblade, ich habe den jetzt hier auch. Was hat der denn da? Dragon's Claw. Oh, fuck. Da hätte ich einen Assassin oder einen Nid-Scrankful gebraucht. Ja, also kommen sie jetzt mit dir in der Welt. Ich habe auch noch nichts Gutes. Ich habe auch noch nichts Gutes. Ah, aber Stufe 2 Rexhael haben. Äh, KZX haben. Du? Ne, du. Was soll ich? Ja. Bisher. Ich verkack jetzt trotzdem. Ja, fick dich doch. Mal sehen, was die mit dir hergibt, oder? Hm? Mal sehen, was die mit dir hergibt. Hm. Oh, Mann. Kommt schon, Leute. Lass mich einmal das kriegen, was ich brauche. Ich starte hier als Vorletzter. Stehe ich da? Da oben stehe ich. Danke. Wurde, dass Shen auch gut gewesen wäre. Bei den Gangplank ruhig, glaube ich, mehr raus. Wenn dein Leben schwer ist, sprich mit Traum. Alter, der Blitzcrank, ne? Ist abartig, ne? Und dann hat er einen Warwick mit einer, mit einer Firecannon. Oh. Das wird nicht mal eine Runde. Eigentlich müsste ich ihm jetzt die Warbecks wegkaufen. Haha. Wow. Das istакс, glaube ich. Das war jetzt überhaupt nicht massiv Panik. Oh, eine Niederlage mit Phantomdance. Wir sind uns einig. Echt jetzt, ich krieg Münzen? Ja, ich hab auch Münzen gekriegt. Ich will Items, verdammt noch mal, keine Münzen. Ditto. Äh, scheiße. Oh, tschau. Da fickt er mich. Kann passieren, muss noch nicht. Sieht sehr danach aus. Komm schon, Shen, einmal noch deine Ulti. Ah. Oh, hey, Ty. Oh, hey. Oh, hey. Nee, den will ich noch nicht auflösen. Noch bringt mir Pirate was. Woll grad sagen, schon wieder du. Aber das ist so. Es ist ja so Full Assassin Build. Ich kotze. Aber ich bin sehr froh Shen zu haben. Ich bin sehr froh. Oh. Okay, der Pyke schiebt erstmal AFK rum, braucht gar nix. Oh, irgendwer baut auf ne Ari, ganz klasse. Ah, hier läuft schon einer mit Doppeldrache rum. Das wird ätzend, die kriegen keinen magischen Schaden. Oh fuck, was brauch ich denn jetzt? Weiß eben wo steh ich, aber ich bin ans vorletzt, jetzt komm ich in die Runde. Oh, da oben steh ich noch. Ah, ist ja gut. Nehmen wir doch die Leona. Kann man gut verkaufen und das Item kann ich auch gebrauchen, so. Immer positiv sehen. So. 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 Das Problem kenne ich. Deswegen kriege ich keine Graves mehr. Also hinzu wen gehe ich denn? Oh du kommst zu mir. Und doch. Und doch. Na kassadine. 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 Willst du mich verarschen? Würde ich nie tun. Na kassadine. Oh endlich. Na kassadine. Na kassadine. Na kassadine. Ich baue geht hier keiner auf Shyvana? Wieso denn? Na kassadine. Na kassadine. Oh komm schon lass mich ihn fertig machen bitte. Gehörte da was Bullshit. Na kassadine. 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 Jetzt stirbt doch mal endlich Gary. Alter. Wollte Grace nicht sterben ne? So zweite Poppy. Warum ist Poppy eigentlich nicht auf dem Feld? Ah. Okay. Da war was. Ich bin schon gewohnt. Du musst dich jetzt mal was für wegschmeißen wofür ich bauen wollte eigentlich aber das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Auuuutsch. Na da rasiert er mich. Ich weiß auch schon genau für wen ich gehe. Au. Hatte der ne Shyvana? Ja. Den hab ich voll fertig gemacht. Ah. Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Steh ich wieder hier oben? Natürlich steh ich wieder hier oben. Es war so klar dass sie das Spatula nehmen. Wann wir grad im Lake gehen würde sonst nochmal ganz gut. Die wollte ich zwar nicht aber gut. Da holte sich die Miss Fortune. Ja. Weil Fünfer. Und das Item wird's halt verkauft dann kannst du nochmal zweimal scrollen. Wenn da jetzt eh nix bei ist was ich brauche. Seh ich das so? Oder was ist denn das? Ja Pirate Gunslinger weg damit. Alter ich krieg aber auch gar nichts ey. Hm? Feinde Milch heißt Zucker drin? Alter ich hab ja nochmal Zucker drauf gemacht. Und hat aber so geschmeckt. Alter ey da wurde ich... Da wurde ich eiskalt rasiert weil ich nicht hinschauen konnte. Drecksecke. Vor allem weil ich mein Team oben stellen wollte. Aber du Leute dachte ich so nö. Hm. Wer diesen scheiß Unit hat abzuwandern. Ich höre das an. Wie geht das? Wie geht das nicht? Wenn du was hier? Wie geht das? Wann ist es? Ja. Sie. Wie geht das? Also wenn die Runde was wird, Alter. Dafür muss Poppy aber noch ein paar Mal stunn. Naja, war so klar. Dein Level 3 Stun kannst du vergessen. Dein Level 3 Lucien kannst du vergessen. Ich hab jetzt nicht bei mir gelobt. Alter, 21 Schaden. Was ist denn das für ein unbalanciertes Matchup? Hat er dir so hier reingedrückt? Ja, haha. Geil. Das ist so... Okay, ich bin wieder im Pirate-Business. Ich muss mich verarschen, jetzt krieg ich einen Yasuo. Den krieg ich doch nie mehr aufs Feld. So viel Geld hab ich gar nicht. Okay. Wenn jetzt droppt bitte was. Würde ich begrüßen. Hm, kam nur ein Itemball raus. Okay. 500秒. 500秒. 3 Ich glaube... Ich habe auch... ... ... ... ... ... ... die Akali vertat. Aus dem Leben gefegt? Alter, da hat die... ... Elise einfach mal... ... ein Blatt für seine Dragon's Claw. Hört sich so richtig geil an. Und bisher noch so ein 200er Leben-Push... ...gürtel. Au. Und wenn da noch was dazukommt... ... also... Hört sich nach dickem Arschtritt an. Das hört sich nach... ... Spaß an. Ja, total. Alter, ich krieg aber auch gar nichts. Na, ich kenn das Problem. Ein bisschen. Guten Tag. Hallo. Ja, ein 3er Braum, oder was? Ja. Ich dachte mir, das mach ich so. Oh, süß, der lebt sich wieder. Ja. Du hast mir grad 20 Schaden gemacht. Guten Tag. Also an dem Schaden zu liegen, finde ich, müssen sie noch arbeiten. Das ist ein bisschen unausgeglichen. Das geht nach dem Level der... ... geht nach dem Level der Einheiten. Ja, ich weiß, aber... ... das ist trotzdem bescheuert. Warum krieg ich denn jetzt alles meine Aris, wenn ich sie gerade mal nicht verwenden kann, weil meine Bank voll ist? Weil leider nur mal super fair ist. Die Belohnung wird ein langsamer Tod sein. Ja, ich bin gleich ihr am Arsch. Bunkerlabs. Klar, weißt du, anstatt die beiden Schwestern gegeneinander antreten zu lassen? Nein. Ja, mir klar, du musst gegen den Ersten. Nee, gegen den Typen über mir, aber trotzdem. Auch nicht lustig. Oh, ich darf die Elise fertig machen gegen ihn, die du gerade gekämpft hast. So wie es aussieht, gewinne ich das. Und der ist raus. Ich hab noch zwei fucking Leben. Da freu dich doch ganz herzlich. Das ist auch gar nichts, Alter! Ja, keine Ahnung. Ich hätte hier Graf Dracula auch nehmen können. Ah, Swayne? Ja. Aber das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ach, jetzt kommt der ja mehr der Erste. Ich hab das Gefühl gegen die muss ich nicht nochmal ran. Ihre Belohnung wird ein langsamer Tod sein. Die Klüß, Lamia, was auch immer. Oh, mich doch, ich bin tot. Gegen wen mussten? Gegen die Erstplatzierten. Tschüssikowski. Nein, das verliere ich auch noch. Scheiß Level 3 Lusche mit dem Rageblade. Nur weil die die ganze Zeit abhaut. Leona? Hat der Enchendus auch gerade nicht ohne? Ja, eigentlich hat der nichts Gutes auf sich. Und dann Varus 3. Das muss ich gegen den Ersten ran. Der hat 2 Sephir. Ich kotze ab. 28 Schaden. Ja, gegen 2 Sephir hast du ja verloren. Da machst du mal legit gar nichts gegen. Aber du hast die Tristana immer gekauft. Deswegen hatte ich keine. Ich hab die nicht immer gekauft. Ich hab die erst so gegen Ende gekauft. Und ich warte drauf. Ja, da hat er bei dir bloß ein Redemption, Alter. Ja, Redemption ist jetzt nicht so schlecht. Bei dem anderen ist ein Infinity-Edge. Und das kann ich gerade nicht erkennen. Verderrt mir jetzt nicht die gute Laune. Du hast das schlechteste Item. Wo du Redemption deinem Braum gehen könntest, ne? Oder was macht denn mehr Schaden? Ja. Macht mehr Sinn, ne? Mhm. Zwei neuen Leben, Alter. Au. Zwei Aatrox. Oh. Oh, der hat noch Elementales gebaut. Kommt schon das Fortune. Kommt was Göttliches. Ja, da ist die Akali weg. Nee. Ich glaube, du bist tot. Ja, glaube ich auch. Egal, dritter Platz. Können wir machen.